Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Flo Farrell und nachdem jetzt die Zeit der twitterten Orange in Washington wohl vorbei zu sein scheint, möchte ich mit euch zusammen die Frage beleuchten, welche Aktien denn unter Joe Biden als neuen Präsidenten profitieren könnten und möchte euch dabei fünf Aktien exemplarisch vorstellen, die ich euch jetzt im Laufe des Videos anhand des ersten Tages von Joe Biden zum Amtsantritt quasi auf seinem Weg nach Washington näher bringen möchte. Denn da werden diese fünf Aktien, die ich anspreche, ihm begegnen und ich werde dann meine Analyse bzw. meine Prognose hierfür geben. Ja, er wird mit seinem Elektroauto dann nach Washington fahren von seinem Heimatort aus und wird dort sein Elektroauto natürlich zu Hause mit Solarpanels, also mit Photovoltaikanlagen von SolarEdge, einer Aktie aus Amerika im Solarsektor betanken mit Energie. Also er braucht keinen üblichen Kraftstoff mehr, sondern nutzt die Sonnenenergie und SolarEdge ist hier sicherlich eine der größten Unternehmensaktien, die man hier nennen muss und die könnten hier deutlich profitieren von Joe Biden als Präsidenten. Die sind aktuell sogar sehr, sehr stark korrigiert, also unter die 200 Tage, unter die 50 Tage Linie sogar gefallen. Das heißt hier sogar ein kleiner Rücksetzer, den man nutzen könnte für einen Nachkauf. Man sieht aber auch hier schon wieder, dass stark der Kurs nach oben gegangen ist mit 7,16 Prozent und aktuell auf 187,38 Euro steht. Ja, Joe Biden natürlich Verfechter des Klimaschutzes und hat auch schon gesagt, dass er dem Pariser Klimaabkommen wieder beitreten wird, wenn er gewählt wird. Und dementsprechend werden hier erneuerbare Energien, wie zum Beispiel hier Solarenergie, auf jeden Fall profitieren von ihm. Auch ohne ihn wahrscheinlich langfristig, einfach weltweit global ein Thema, was gut kommen würde. Von daher hier auf jeden Fall eine Empfehlung. Das Ganze übrigens keine Anlageempfehlung, sondern nur meine persönliche Meinung. Ja, dann der Weg weiter von Biden nach Washington. Dafür nutzt er erstmal Google Maps, weil er nämlich wissen möchte, wie er nach Washington kommt. Und das ist ein Teil von Alphabet, dem Mutterkonzern von Google. Und der wird sicherlich auch profitieren können von einer Wahl Joe Bidens zum Präsidenten. Denn Alphabet, man sieht es ja an sich, ist ja schon sehr, sehr solide unterwegs. Und Joe Biden möchte, und jetzt kommt das eigentlich, ja, wahrscheinlich werdet ihr sagen, kontroverse. Aber natürlich möchte Joe Biden, das hat er angekündigt, solche Unternehmen, die so Monopolstellungen haben, etwas, ja, Schwächen, Steuererhöhungen und so weiter einführen. Das wäre erst einmal nachteilig. Aber er möchte auch teilweise, das ist die Frage, ob das wirklich kommt, solche Unternehmen zerspalten in Einzelteile. Und es wird von vielen Banken und Analysten gesagt, dass wenn solche Sachen wie zum Beispiel Alphabet aufgespalten werden, zum Beispiel in Google Maps, in die Cloud-Varianten, also in mehrere Unternehmen, dass die dann teilweise 20, 30 Prozent mehr wert wären als Alphabet als Gesamtkonzern. Und das Ganze, wie gesagt, Alphabet auch ohne, dass Biden wahrscheinlich Präsident geworden wäre, wäre hier mit Sicherheit weitergestiegen, haben sehr, sehr gute Quartalszahlen geliefert und von daher hier auf jeden Fall eine meiner besten Empfehlungen. Dann, Joe Biden möchte auf dem Weg nach Washington noch gerne zum Supermarkt und dort Zahnpasta kaufen, weil die ihm ausgegangen ist. Doch, da stellt er ganz schnell fest, ja, stehen zu viele Leute an, die sich einfach zu viel leisten können, weil der Mindestlohn angehoben worden ist. Und hier könnte Procter & Gamble profitieren, denn Joe Biden möchte den Mindestlohn anheben, also insgesamt mehr für Kaufkraft sorgen bei der Bevölkerung. Procter & Gamble ja sowieso eine solide Aktie, die hier auch mit Dividende auftrumpft, also davor Alphabet zum Beispiel nicht. Aber hier Procter & Gamble mit einer 2,53 Dividende und zudem einem soliden Wachstum, wie man sagen muss, wenn man sich das hier mal anschaut. Und ist natürlich die Sache, natürlich würde ein Mindestlohn sich auch wahrscheinlich auf Produktpreise umwälzen, weil dann eben auch Procter & Gamble oder die Supermärkte eben höhere Löhne zahlen müssten. Aber sicherlich insgesamt der Effekt doch positiver für Procter & Gamble, weil eben die Nachfrage wesentlich höher ist als die Kosten eben, die dann eben für diese Lohnkosten bei den Produktionen und bei der Vermarktung oder bei den Verkäufen im Supermarkt eben entstehen würden. Von daher hier auf jeden Fall auch ein positiver Trend, wenn Joe Biden das mit dem Mindestlohn auch durchsetzen sollte. Und von daher eine Aktie, die mit Sicherheit auch ohne Joe Biden profitieren würde, aber sicherlich von einem Mindestlohn genauso profitieren würde. So, Joe Biden fährt weiter und ja, kommt erst mal nicht weiter, denn er hat eine Baustelle erwischt, wo gerade ein Mobilfunkmast für 5G gebaut wird und die Kabel verlegt werden. Hier wäre ein Profiteur, der indirekt profitieren würde, Qualcomm. Das ist ein Unternehmen, was im Halbleiterbereich unterwegs ist, gerade auch im 5G-Bereich, also von diesen ultraschnellen Verbindungen, eben die die Industrie, aber auch die Privatnutzer eben brauchen. Und auch hier wird extrem viel in der Zukunft passieren. 5G ist ja absolut auf dem Vormarsch. Man sieht es auch an den ganzen Handykäufen. Hier wird prognostiziert, dass hier wirklich 5G sehr, sehr gut angenommen wird und auch benötigt wird. Und Qualcomm hier mit einem unglaublichen Sprung, aktuell sogar von 12,91 Prozent hier, der wirklich auch nochmal bestätigt, dass das Ganze hier langfristig nach oben gehen wird vermutlich. Es ist sicherlich eine Aktie, die gerade sehr, sehr hoch bepreist ist nach diesem Kurssprung. Aber wenn man das Ganze langfristig betrachtet, dürfte hier auf jeden Fall, weil Joe Biden eben auch die Infrastruktur und solche Technologien fördern möchte, Qualcomm profitieren. Und eben, weil Joe Biden viele Steuereinnahmen erwartet durch eine Steuererhöhung, werden hier eben auch Infrastrukturausbauten, wie zum Beispiel der 5G-Ausbau, mit Sicherheit meiner Meinung nach gefördert. Und von daher auch solche Unternehmen können dann davon profitieren. Ja, Joe Biden kommt endlich im Weißen Haus an, dort wartet seine Frau auf ihn und schreit ihn erstmal an, wo er so lange geblieben ist. Darauf schmeißt er sich erstmal eine Tablette ein von Pfizer. Nicht die Tablette, an die ihr vermutlich jetzt denkt, sondern eine gegen Migräne, weil er das ganze Geschrei nicht mehr hören kann. Pfizer, auch sicherlich ein Unternehmen, was profitieren kann von Joe Biden, zahlen auch eine Art Dividende aus, sind kurstechnisch jetzt nicht ganz so attraktiv wie die anderen Unternehmen, muss man ehrlich gestehen, aber einfach ein riesengroßer Pharmakonzern, der sowohl eben für diese eine bestimmte Tablette bekannt ist, die ihr mit Sicherheit alle kennt, aber eben auch für viele andere Dinge, wie zum Beispiel Migräne-Tabletten oder eben auch gegen andere Krankheiten. Und von daher aktuell ja auch noch im Gespräch ist oder in aller Munde ist mit der Kooperation mit BioNTech, wo es eben um einen Impfstoff geht und der könnte natürlich auch nochmal für extrem gute Geschäftszahlen sorgen. Natürlich aber hier auch immer mit der rein spekulativen Ansicht, denn das Ganze ist natürlich noch nicht spruchreif, dass dieser Impfstoff zugelassen wird, aber es sieht sehr, sehr gut aus. Und aktuell, wie gesagt, mit Dividende und einem Kurs von 32 Euro auch sicherlich ein guter Punkt eigentlich, um einzusteigen. Meiner Meinung nach, ihr könnt mir das auch gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das genauso seht. Und sicherlich aber noch nur ein Konzern von vielen, der profitieren würde von Joe Biden, der letztendlich auch so Sachen wie Obamacare nochmal festigen wird und auch generell für die Gesundheitsbranche einfach sehr, sehr viel tun wird. Ja, grundsätzlich jetzt aber mal die abschließende Frage. Denkt ihr, dass Joe Biden als Präsident wirklich der Wirtschaft besser tut als Donald Trump? Oder denkt ihr, okay, das Ganze ist vielleicht doch nicht ganz so gut. Ich denke eher, dass er in den nächsten Jahren bergab gehen wird mit Joe Biden, gerade wegen Steuererhöhungen und so weiter. Ich denke eher, dass es bergauf gehen wird. Er ist sehr, sehr solide unterwegs, hat eine gute Verbindung ins Ausland, sorgt mit Sicherheit für ein bisschen mehr Sicherheit und macht das Ganze ein bisschen berechenbarer. Ja, wenn ihr mir übrigens folgen möchtet und das noch nicht getan habt, dann abonniert mich doch gerne. Ich lade alle zwei Tage ein Video hoch zum Thema Geldverdienen im Internet oder zu Aktien. Und von daher freue ich mich auch gerne über eure Kommentare, euer Feedback in den Kommentaren. Gerne auch einen Daumen nach oben für dieses Video da lassen. Ja, und ich bin sehr, sehr gespannt, wie es mit Joe Biden als Präsident werden wird. Und ja, bin auf jeden Fall sehr, sehr positiv gestimmt, was das Ganze angeht. Und freue mich natürlich, wie gesagt, wenn ihr da auch sehr, sehr positiv gestimmt seid und diesem Video zumindest einen Daumen nach oben gebt, auch wenn ihr vielleicht Trump lieber favorisieren würdet. Ansonsten freue ich mich, wie gesagt, über euer Feedback. Gerne auch ein Abo dalassen. Und jetzt wünsche ich euch alles, alles Gute. Macht's gut und viel Spaß beim Aktienhandeln. Euer Flo Farrell.